wie war mal die da? Party Parcours. Darauf muss ich erstmal Kaffee trinken, ja. Das wird wahrscheinlich so lustig. Ich muss dich nach der Map sowieso mal was fragen, weil ich bin mir da bei dem Ehen jetzt nicht ganz sicher, ob ich das wissen darf. Und ich weißt das? Kann ich auch so fragen. Du weißt ja wie Brokkoli aussieht. Ja, klar. So, du hast ja den Strunk, der ist hellgrün und du hast das grüne, das dunkelgrüne. Den kleinen Blattkloppen, ja. Genau. Wenn man das kocht und der ist bissfest und das ist ja oben so eine Art Körnchen dann. Zählt das so der Körner? Nein, nein. Gut, dann weiß ich was ich am Montagabend, Dienstagmittag esse. Unterstütze EC4. Naja, der Name hört sich schon seltsam an. Okay, ähm. Du Katastrophe. Rote, orange, yellow, grün, blau, oi. Okay. Überall 60 Minuten Zeit. Oder Sekunden, ey. Doch, Minuten muss das sein. Korrekt 100 Coins, korrekt 25 Gold Coins, Red Time Trail, uah, los. Ähm. Ich will nochmal zurück. Ich glaub da ist noch einer nicht. Danke, Narko. Wegen dir bin ich jetzt runtergefallen. Ich würd gern mal versuchen, ob man ihn schubsen kann. Ja, komm mal her. Warte, warte. Scheiße. Scheiße. Warte, warte. Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Scheiße. 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 Was mach ich hier gerade? Warte, ich versuch das so. Nee. Nee, schade. Schade, 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 Schokolade. Ich muss das verschwinden. Im Moment sind das ein paar viele Münzen. Ja. Vor allem, wenn man stirbt. Hallo, ich will springen. Hab ich alle? Ja, ich hab alle. Jo, hab alle. Und ich springe natürlich vorbei. Was? Mantel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah. Ne, mach's für den Arsch. Scheiße. Ich dachte, das klappt. Alter. Hä? Wieso kommt da nix raus? Ich weiß nicht. Ich war nur einmal drauf und da kam der, war auf einmal weg. Ja, ich komm nicht weiter, wenn der nicht rauskommt. Was? Hast du irgendwas anderes nicht ausgelöst vorher? Jetzt ist er da, oder? Ja. Nein. Ach, leck mich am Arsch. Du kennst die Map schon, sei ehrlich. Wer ich die kennen würde, wär ich dann so scheiße? So weit, wie du schon voran bist. Natürlich kennst du die Map. Alter, leck mich am Arsch, Mann. Was? Ist mein Gemäcke eigentlich aufgenommen? Ich hoffe nicht. Welches? Wer fuhr ich so richtig? Hu! Nein, 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 das reicht. Ich weiß nicht. Was hast du denn gerade gemacht, Salco? Oh, das Ding bewegt sich ja. Sicher? Im Mut für mehr XP steht da. Warum so ein hässliches Schneemode, ey? Mach mal einfach einen, der länger geht. Boah, der ist genau so ein bisschen. Ich hab den Battle. Ey, du hast im Battle Pass so viele gekriegt. Selbst den, den ich habe. Oh, 2,7. Ich muss ja jetzt wärmer als am Stück machen. Okay. Das sah sehr, sehr komisch aus. Oh, 3,7. Oh, 3,7. Das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Start voll, so. Boah. Boah. Wie soll das denn gehen? Nein, das wird zu weit. Nein. Der hat's nicht angenommen. Äh. Ich slide immer links vorbei, rechts vorbei, aber nicht da, wo ich hin soll. GG. Ich bin durch. Durchs Rote. Ich krieg das nicht hin. Mensch, stark und krieg's überhaupt nichts gebacken. Komplette Stage gemacht. Das war's. Mehr gibt's nicht. Wow. Irgendwie, wir haben Punkte vergessen. Ich hab keine Collect 100 Coins. Das musst du sicherlich mehrmals machen. Aber du die Map wieder ausgesucht hast. In 56 Sekunden hat einer die rote Map gespielt. Warte mal. Blaue Stage in 28 Sekunden? Never. Never ever. Äh. Der hat hier hundertprozentig irgendwelche Namen eingetragen. Ja. Ah. Ich hab mal Zeit, ey. Ich hab schon graue Haare am Arsch bekommen. Nein. Oh. Fast. Wo bist du? Ich weiß noch nicht, in welche du rein bist. Gelb. Orange wahrscheinlich. Also das neben Rot. Das nennt man Orange. Daneben kommt Gelb. Für mich ist das gelb. Ey. Vor allem wie soll das überhaupt in den Sekunden gehen, wenn man so lange auf diese Schiebeteile mal warten muss. Das geht gar nicht. So. Ich brauche nur noch einer. Pfff. 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 Verlischt. Äh. Falsche Richtung. Solltest du jetzt echt zurücklaufen? Jo. Alter, du behinderst meine Sicht, wenn du vor mir bist. Merkst du doch endlich mal, dein dicker fetter Charakter, der bringt es nicht. Siehste? Ey. Hast du mir das gerade ernsthaft nachgemacht? Ja. Alter, Tago! Ey. Mann! Diese Sichtbehinderung, weil du in mir rennst du das ist scheiße. Okay, ich horb. Ja, mach dich vom Acker. Ernsthaft? Ja, da hab ich schon meine Ruhe. Klar. Das nervt wirklich. Ich seh nicht, wann ich abspringen muss. Dasselbe habe ich doch bei dir auch. ja du bist selber dran schuld noch mehr nein nein das nervt ich bin nicht mal bei dir also du warst gerade bei mir mein freundchen du kannst nämlich ein schwarz muss gleich im sekundentakt nach springen oh man alter so gelb nein coin vergessen ja da ja da ja da ja da ne für bakes nein nein ne nein dir ich bin zu weit ich bin zu weit ich bin zu weit ich bin zu weit Alter! Nein! Jedes Mal krieg ich die eigentlich. Kannst du? Wurde Wurde Weir... Oh Fah... Ja, das ist mir eben auch passiert. Darko, aktivier mal die Nummer 2 auf deinem Nummernpad. Dann möchte ich, passiert nix. Da muss aber was passieren. Ach du meinst, bei mir ist das Nummer 1, weil du den Neustadt meinst. Na, aktivier das mal. Äh, ich kenn das Ding, warum sollte ich neu starten? Weil du mir die Sicht behinderst. Nächstes Mal lässt du mir 5 Level vorsparen. Da wird alles andersrum. Die Nexler im Spiel nicht ohne dich. Kannst du mit irgendeinem Emote ohne Musik machen, das überschneidet sich mit meiner Musik. Oh, das ist wirklich ein Unterschneider. Oh, leck mich fett. Oh, Alter, wie kommt denn noch? Speedrun in unter 5 Minuten. Oh, bei Orange genauso. Ich bin gut. Ich geh schon mal bei Grün rein. Ich kenn dich. Du gönst mir das nicht. Was gönne ich dir nicht. Ich hab mich nie aufgeregt wegen Gesicht, falls du das jetzt meinst. Ja, weil du auch so fetten Skin hast. Du erinnerst dich gerade dünner mit dem ganzen Pelzmantel. Ey, meiner ist voll cool. Alter. Ach so ist das. Ah, jetzt hab ich die Jump jetzt hier verstanden. Ah. 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 Schweine. Ah, Schweine. Boah. Brrrr. Blö. Blö. Oh, loll. Blö. Bleib bloß weg von mir, der Akku. Genau. Zurück zum Start. Nein. Siehst du mich gegen dir? Ich hoffe du stirbst tausend qualvolle Tode ey. Ich versuche uns schon wegzukommen. Ja! Erster qualvoller Tod! Du Arsch! Alter! Jetzt lass mir doch mal die Plattform, die ich sammeln kann! Ich kann die Seile, wirst du dich auf! Ganz ehrlich! Ich bin wegen dir jetzt hier dreimal gestorben und habe immer die Plattform weggemacht, dass ich mich tropfen habe! Ich bin doch genauso gestorben durch den Scheiß! Du brauchst das! Hallo! Behältst dich für was besseres? Du musst hier tausend qualvollen Tod sterben! Jetzt hast du... Ja, 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 von wegen! Du hast mich geschopst! Langsam hörst du mal auf! Ich habe Videobeweis, Tarko! Und du weißt, dass ich solche Folgen auch gerne mal schaue! Und nein! Doch! Oh Okay, so *** Anscheinend Steig! Das war's. oh komm, ich will jetzt mich verarschen wir haben jetzt so unter 5 minuten gemacht bringt das überhaupt irgendwas? oder ist das einfach nur... keine Ahnung ach du Scheiße secret button ok ok nein, 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 schaffe ich nicht das wird so schwer Scheiße, zu weit na komm, willst du mich verarschen? jetzt ist es, dass man hier seitlich lang rennt, aber... ja, komm, ernsthaft? schrengat schrengat hey wo hängst du fest? bei den dingern, wo du stirbst, wenn du die brust? ja ja musste ganz nah am rand sein hast du eigentlich den secret button gefunden, ne? ja dieses fette rote ding, ja ok ey, der klettert nicht, ich war durch 3 minuten 30 gott war das schlecht naja, kann ich auch auf mein handy so lange gucken, ne? naja, kann ich auch auf mein handy so lange gucken, ne? ja 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 ok ja 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 es geht schon so buscando So, einmal warten bis alle wiedergekommen sind. Komplette Stage, 2384. Wow, in unter 3 Minuten habe ich die Map gemacht. Geil! Yeah! Kompletten Stage habe ich. Ich habe 60 Gold bekommen. Was ist denn? Wieso habe ich mir gedacht, ich bin so cool von dir aufgeworfen. Okay, hier gibt es noch ein paar XP. Geh weg! Bin das meine Sicht! Ach, Darko, du hast schon eine gewisse Zeit hier einzusammeln. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja! Der erste habe ich in 6 Minuten 50. Scheiße! Ich in 5 Minuten 46. Orange habe ich in 3 Minuten 60. Dito? Gelb habe ich in 4 Minuten 25. 3 Minuten 23. Grün habe ich in 2 Minuten 50. Das wäre ganz knapp. 3 Minuten 52. Blau habe ich in 3 Minuten 38. 3 Minuten 8. Und Purple habe ich in 1 Minuten 57. Das glaube ich dir nicht. Übersetzung von bis painенным Inner service global. Bis zum nächsten Mal. без IP Vielen Dank.